Was ist ein Sachmangel? Nun, Rechtsgrundlage ist dem BGB, der Paragraf 434 im bürgerlichen Gesetzbuch. Und wollen wir auf der nächsten Seite, haben wir mehr Platz, das nochmal auflisten. Zunächst mal ist ein Sachmangel gegeben. Also eine Sache hat einen Mangel. Sache hat einen Mangel, wenn. Ja, so muss man hier die Kurve kriegen. Eine Sache hat einen Mangel, wenn die Sache nicht die Eigenschaften hat, die sie haben soll. Die sie, die Sache, die sie haben soll. Wenn der Teil nicht das tut, was er tun soll, würde der Kölner sagen, dann hat der Teil einen Mangel. Ja, also das ist zunächst mal die Grunddefinition des Sachmangels. Sie können auch im Gesetz, Sie sollten im Gesetz mal nachschauen. Da finden Sie das Ganze auch, nur nicht so schön formuliert. Ja, etwas juristischer formuliert. Jetzt gibt es aber auch noch einen Sachmangel. Ja, auch, Komma, wenn. Und jetzt kommen noch verschiedene andere Punkte. Nämlich, wenn eine andere Sache geliefert wird. Man wollte das Teil in blau, kriegt es jetzt in rot geliefert. Ja, also statt einem blauen Teil ein rotes Teil. Eine andere Sache geliefert wird. Eine zu geringe Menge geliefert wird. Dann mangelhafte Montage, wenn mangelhafte Montage gegeben ist. Und wenn die Montageanleitung mangelhaft ist. Ja, das ist, kriege ich jetzt nicht mehr in die Ecke hin. Aber das können Sie gedanklich ergänzen. Was ist der Unterschied? Mangelhafte Montage bedeutet, das Teil ist bereits zusammengeschraubt. Nur mangelhaft. Und hier müssen Sie das Teil selber zusammenschrauben. Und das ist heute fast schon die Regel. Besonders, wenn Sie im Versandhandel bestellen. Ja, da wird ja praktisch die Montage ausgelagert an den Kunden. Und deswegen sind die Teile auch relativ billig. Weil das ganze Montieren beim Kunden passiert. Und da kriegen Sie mehr oder weniger aussagekräftige Montageanleitungen. Und wenn die mangelhaft sind, doch dann liegt ein Sachmangel vor. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. ... ... ... Vielen Dank.